Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute testen wir das MaxxMeg Club Rudergerät, ein kompaktes und effizientes Trainingsgerät für zu Hause. Wir werden die wichtigsten Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit und die Gesamtqualität dieses Rudergeräts unter die Lupe nehmen. Das MaxxMeg Club Rudergerät ist ideal für alle, die auf kleinem Raum ein Ganzkörpertraining absolvieren möchten. Mit seinen 12 Widerstandsstufen bietet es sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen eine effektive Trainingsmöglichkeit. Besonders hervorzuheben ist das ruckelfreie und geräuscharme Design. So kann man problemlos zu jeder Tageszeit trainieren, ohne andere zu stören. Ein weiteres Highlight ist die LCD-Trainingsanzeige. Sie zeigt wichtige Trainingsdaten wie Zeit, Kalorienverbrauch und Ruderschläge pro Minute an. Dies hilft, den Überblick über das Training zu behalten und Fortschritte zu verfolgen. Die Bedienung des Displays ist intuitiv und auch während des Trainings leicht zugänglich. Das Gerät lässt sich nach dem Training einfach zusammenklappen und verstauen, was es besonders praktisch für kleinere Wohnungen macht. Die Nutzerbewertungen auf Amazon sind überwiegend positiv, was die Zuverlässigkeit und Qualität des MaxxMeg Club Rudergeräts unterstreicht. Viele heben die einfache Montage und den bequemen Sitz hervor. Mit diesem Rudergerät kann man effektiv Muskeln aufbauen und die Ausdauer steigern und das alles zu Hause. Wenn ihr auf der Suche nach einem zuverlässigen und platzsparenden Rudergerät seid, ist das MaxxMeg Club Rudergerät definitiv einen Blick wert. Abonniert unseren Kanal für weitere Produktbewertungen und bleibt fit.